Hallo, seid herzlichst gegrüßt! Ich bin der Kalle und möchte mit euch heute einige Gymnastikübungen auf dem Stuhl machen. Dazu brauchen wir einen Stuhl, am besten ohne Armlehne. Und wir setzen uns mehr auf den vorderen Teil des Stuhls, sodass die Oberschenkel und die Unterschenkel in etwa rechtwinklig zueinander stehen. Wir beginnen, wir machen einen Ring und klopfen ganz leicht um die Nieren herum. Wechseln nach vorn. Gehen langsam die Oberschenkel außen herum. Soweit es geht. Um die Füße herum. Innen wieder nach oben. Und nehmen dann eine Hand. Klopfen die obere Brust ab. Gehen langsam die Arme runter über die Handfläche. Nach innen, wieder nach oben. Wechseln die Hand. Gehen hier außen wieder. Und dann noch unten zu den Fingerspitzen. Herum. Jetzt wechseln wir auf die Fingerspitzen. Gehen ein Bein klopfend um die Ohren herum. Um die Augen. Um den Mund. Dabei können wir ruhig Kermassen schneiden. Einmal oben. Über den Kopf. In der Mitte. Mit den Scheiteln. Und dann etwas außen. Noch einmal. Dann können wir uns noch ein bisschen die Ohren massieren. Wir streichen uns einmal gesamt über den Körper. Und dann streichen wir uns einmal gesamt über den Körper.